Ich bin so froh, dass ich keinen Eye-Tracker habe. Ich sag's dir, wie es ist. Schau mal rein. Yoga-Challenge mit den Girls. Mit den Girls. Amanda ist mit dabei. Servus Leute, KS Freakies! Und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt begrüßen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich würde gerne alle Bälle von da oben runterwerfen. So mit den Girls Bälle-Match machen. So abfetzen. Das wär lustig. Danke, danke, danke. Vielen Dank. Wirklich, danke. Es reicht! Heute gibt es für euch eine Yoga-Challenge. Und mit am Start sind heute meine Yoga-Girls. Applaus, Applaus für die liebe Lisa Weinberger. Und Amanda Blumenschein. Yes! Hast du heute Bock auf Yoga? Ja, ich glaub schon. Und du, Amanda, hast heute richtig Bock auf Yoga, oder? Ja. Mal sehen. So, wenn ich dich reinschauen, hatte ich nicht mehr Bock auf Yoga. Ich sag's dir. Okay, okay, okay. Machst du dir ruhig dich. Wie dehnbar wir sind, oder? Okay, wie dehnbar wir sind, oder? Das macht ihr mit Absicht. Das macht ihr mit Absicht. Ja, ihr seid. Oh, seid ihr dehnbar? Könnt ihr mal kurz ein paar Dehnungsübungen herzeigen? Aber ich bin nicht vorbereitet. Wow, Spagat. Oh, Nico, siehst du das? Ja, meine Damen und Herren, wir machen jetzt ein paar Yoga-Übungen. Ich hab ein paar Übungen rausgesucht und es wird dann ausgeführt mit den Ladies, oder? Habt ihr Bock drauf? Yes, Sir! Wie viele Likes wollen wir eigentlich für die zweite Folge haben, falls es einen zweiten Part gibt? 20.000, ja, maybe. Klingt gut. Machen wir fünf drauf, 25.000. Oh! Und Ladies, ihr wisst, beim Yoga gibt es keine Schuhe, ne? Da muss man schön barfuß sein. Okay. Sollen wir dann genau einen Blick hinwerfen, oder? Oder eher nicht so, Amanda? Entschuldigung. Nein. Was? Sollen wir dann genau einen Blick hinwerfen, oder? Oder eher nicht so, Amanda? Nein. Der Blickwinkel? Schon creepy, ne? So schlecht sind die gar nicht. Vielleicht wär's mal besser, wenn du deine Fußnägel... Soll ich die schneiden? Okay, okay. Erste Übung. Ich kann ja nicht da hochlegen, wie soll. Oh, sieht gut aus. Sieht gut aus. Ja! Ja, na bitte. Gar nicht mehr so schlecht. Spannung? Bisschen Wein auseinander, Spannung? Ja! Ja! Passt, Amanda! Super! Ah! Okay, doch, ich kann. Perfekt, oder? Perfekt, ja. Oha! Sau gut! Let's... Freaking go! KS is in the building! Nur nicht pupsen. Ja, genau, komm! Ja, komm! Do it! Do it! Trau sie nicht! Leute, ich pack da gerne mit an! Oh mein Gott! 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 Schatz! Ja, 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 ja! Ja! Ah! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, na bitte! Gar nicht mal so scheiße! Passt es? Passt es? Warte! Ja, Ladies! Ja, 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 das war fast wie ein Bild! Scheiße! Ehrlich zu sein? Ich glaub... Scheiße! Das ist schon schwieriger! Das ist schon schwieriger! So! Oha! Oha! Ein bisschen weiter nach hinten! Drei weiter oben! Ja! Oh! Und jetzt ausstrecken! Ja, perfekt! Die Hände ausstrecken! Let's go! Hände ausstrecken! Wuhuhu! Ja, das geht auch noch! Das ist so der klassische Flieger einfach! Füße durchstrecken! Checke den Content nicht! Da gibt's nichts zum checken! Da geht es hauptsächlich darum, mal in den Yoga-Sport... Es geht halt um die Mädels einfach! Was soll ich da reden? Füße müssen durchstrecken! Wir brauchen Spannung! Ja! Ja! Nochmal! Witzige Zehen! Langsam! Wo ist die Flieger mit der Hände? Oha! Sie hat keine Kraft mehr! Jetzt geh ich weiter hoch! Und du hältst die Spannung! Ja! Dann ist dein Punkt! Schau, wie konzentriert das! Jetzt musst du ein bisschen weiter nach hinten... Gewicht nach hinten verlangen! Oh, 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 oh! Ein bisschen nach hinten verlangen! Genau! Jetzt! Jetzt passt's! Mama! Lass aus! Was? Was? Okay! Über 3... Was hat er an? Das schaut ja mal! Wie der Mogli, der erwachsen geworden ist! So ein bisschen! Oh, der sieht aber gut aus! Du musst die Hände... Bewege dich! Aha! Okay, okay! Die scheiß Knie! Ah! 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 Die Knie in meinen Rücken! Hallo! Nicht die Knie! Ja, genau! Und jetzt? Die Hände da rum, so durchdrücken! Hallo! Wer kommt näher hin? Ah! Stell dich auf meinen Arsch! Ah! Du ziehst mir die Hose aus! Ah! Das Knie! Ah! Du drückst mir voll die Knie in den Rücken! Ah! Ja! 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 Na komm erst! Einmal noch! Ja! 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 Aber irgendwas stimmt dann nicht! Warte mal! Aaaaah! Spannung! Spannung im Fuß! Spannung im Fuß! Arme umlassen! Ja das ist ja nicht so schwierig, oder? Das kann ich sogar allein! Brauch ich keinen Partner! Forever alone! Man sieht jetzt meinen Fuß nicht! Aber... Ich kann sogar so seitlich, ich kann mich sogar, ja, das tägliche Yoga, das macht sich bezahlt. Servus Christa, ich, der Sonne funktioniert auch. Stabil, oder? Chat feiert mich. Kann ich mal einen kurzen Applaus im Chat haben? Ich finde auch, das ist extrem, ich kann so gerne, ah, naja, komm, übertreib jetzt. Komm, jetzt kommen wir mal weiter. Aber ich kurz mal motiviert und mal zeige, was ich noch alles kann. Wie wenn es zu einem kleinen Kind kurz mal Applaus gibt, dann will es dir jeden Scheiß zeigen, wenn es kann. Ja, so haben wir es verstanden, ja sicher. Ist es vielleicht. Noch tiefer, geh noch tiefer. Danke für den Applaus. Warte. Ja, 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 perfekt. Jawohl, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ja, yes. Okay, das ist, glaube ich, schon schwieriger. Was, echt? Schatz. Wie machen wir das? Schatz. Das ist jetzt so gut. Oh mein Gott. Okay, okay. Okay, Org. Org. Hat das gepasst, Schatz? Ich weiß nicht, wie eure Übung aussieht. Okay, nee, so hat es nicht ausgesehen, aber... Das war schon... Das war doch das. Trotzdem schön. Das ist krank. Das habe ich mit der Lara gemacht und wir haben es geschafft. Glaubt mir wieder keiner, gell? Das war urcool. Ah, da ist es ja. Da haben wir es schon. Und dann eben die Sonne rum und wir... Ah, da ist es okay. Schon lange. Oh, weißt du was? Da ist es gut. Ihr schafft das, ihr schafft das. Oh mein Gott. Da haben wir es nicht geschafft. Scheiße, war schlecht. Du nimmst mich so, dann machst du... Ja, eh, aber am Anfang geht ja schnell. Hopp. Genau. Ja, jetzt schaut es schon besser aus als beim ersten Versuch. Ah, da ist es gut. Und jetzt reifst du, ja? Ja. Ja, aber jetzt fliege ich vom Boden. Ich will das auch noch mit meinem Handy filmen. Das ist so wichtig. Halt dich irgendwo fest. Ja, ja, zu. Halt dich an meiner Schulter. Halt dich an meiner Schulter. Halt dich an meiner Schulter. Geht schon, ihr schafft das. Ja, fest. Jawohl. Ich habe die besten Eltern der Welt. Wieso fieber ich so mittig? Ich habe gewusst, dass es geht. Mit langen Haaren und Bart, einfach zehn Jahre älter. Wilde Hose. Hose, das war ja chill auf Hose, Bro, chill. Ich bin da. Ich bin stabil. Ich bin da. Und ihr sagt weg. Meine Mutter sagt, du stirbst von. Zigarette. Ich habe heute leider sehr viel Arbeit und sehr viel Stress. Doch massiv voll Stilen haben. Ihren Wert. Okay, reicht schon. Vertrauen, ich bin wie ein Baum. Ich finde, man sieht richtig in deinen Vlogs, wie das mit Corona immer ernster wurde. Krank. Ja, stimmt. Man sieht es ja in der Entwicklung, ne? Genau, schnell. Genau, halt dich fest. Super. Daher dich sau. Ich mache jetzt den Proz. Jetzt musst du hoch. Ich bin so froh, dass ich keinen Eye-Tracker habe. Ich sage es dir, wie es ist. Aber die Rosen sind die mit Absicht zu... Jetzt spring. Do it. Spring. Umarm mich mit beiden. Umarm mich mit beiden. Mit beiden. Umarm mich mit beiden. Genau. Super. Und jetzt das erste Fuß. Genau. Und jetzt der zweite. Komm. Tu den Fuß drüber. Ja, ja. Komm. Ja, ja. Du musst die... Ja, genau. Ja. Mein Oberteil. Mein Nippel. Mein fucking Nippel. Bye. War das jetzt echt? Ja, sicher war das. Komm. Jurassic Park oder was? Ja, das sind die Arsch-Leggings von TikTok, dass man besonders viel sieht. Okay, okay. Aber sind die bequem? Aha, aber die hat drunter dann nochmal einen String an. Aber findet sie die Hose nicht ein bisschen übertrieben? So? Schon ein bisschen übertrieben, oder nicht? Kannst du mal anprobieren. Steht dir bestimmt. Sollten wir mal schauen, ob die mir auch passt. Fuß drüber, Fuß drüber. Ja, genau. Super. Super. Häng dich rein. Genau. Wenn er jetzt furzen würde. Genau, jetzt muss der Fuß nacken. Hängt, der Fuß bleibt, ja? Ja, 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 Ton rein. Oh ja, ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, liebe Schuhe. Help me. Der andere Fuß muss nacken. Ja. Der Fuß nacken. Jawohl, ja, super. Ja. Sehr gut. Das war eine sehr gute Dur. Oha. Krank. Ich glaube, ich muss auch weiter runter, dass du stehen kannst. Okay, okay. Bist du deppert? Dir hat einen Schwung drauf. Nein. Zwei. Eins. Ja. Oh, bist du saugut. Bravo, Amanda. Jawohl. Oh mein Gott. Das war ziemlich, ziemlich gut. Yes. Let's go. Es funktioniert. Krass, das war stark. Es funktioniert nur ohne Schuhe. Das ist der Trick der Banner. Ich glaube, ich war noch nie so im Arsch, wie ich es gerade kam. Ich glaube, es wird keine zweite Folge geben. Cooles Video. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr anspruchsvoll. Was zum Mitfiebern. Was zum Nachdenken vor allem. Ich finde halt auch die tiefere Message dahinter, die sehr viele von euch wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Aber ich würde euch einfach den Tipp geben, das Video öfter anzusehen und euch Gedanken darüber zu machen, was die tiefere Message dahinter sein könnte. Ich werde es euch nicht verraten. Ich werde es euch nicht verraten. Ich werde es euch nicht verraten.